Kant, Kritik der reinen Vernunft, Dieter Hartrup liest, B 143 bis B 157 § 20 Alle sinnlichen Anschauungen stehen unter den Kategorien als Bedingungen, unter denen allein das Mannigfaltige der Kategorien in ein Bewusstsein zusammenkommen kann. Das Mannigfaltige in einer sinnlichen Anschauung Gegebene, das gehört notwendig unter die ursprüngliche synthetische Einheit der Aperzeption, weil durch diese Aperzeption die Einheit der Anschauung allein möglich ist. Die Handlungen des Verstandes aber, durch die das Mannigfaltige gegebener Vorstellungen, sie mögen Anschauungen oder Begriffe sein, unter eine Aperzeption überhaupt gebracht wird, ist die logische Funktion der Urteile § 19. Also ist alles Mannigfaltige, sofern es in einer empirischen Anschauung gegeben ist, in Ansehung einer der logischen Funktionen zu urteilen bestimmt, durch die es nämlich zu einem Bewusstsein gebracht wird. Nun sind aber die Kategorien nichts anderes als eben diese Funktionen zu urteilen, sofern das Mannigfaltige einer gegebenen Anschauung im Blick auf sie bestimmt ist. § 10 § 21 B 144 Anmerkung Ein Mannigfaltiges, das in einer Anschauung, die ich die meinige nenne, enthalten ist, wird durch die Synthesis des Verstandes als zur notwendigen Einheit des Selbstbewusstseins gehörig vorgestellt, und dieses geschieht durch die Kategorie. Der Beweisgrund beruht auf der vorgestellten Einheit der Anschauung, da durch ein Gegenstand gegeben wird, welcher jederzeit eine Synthesis des Mannigfaltigen zu einer Anschauung gegebenen in sich schließt, und schon die Beziehung dieses Gegebenen auf Einheit der Aperzeption enthält. Diese Aperzeption zeigt also an, dass das empirische Bewusstsein eines gegebenen Mannigfaltigen einer Anschauung sowohl unter einem reinen Selbstbewusstsein a priori, wie empirische Anschauung unter einer reinen sinnlichen, die gleichfalls a priori statt hat, steht. Im obigen Satz ist also der Anfang einer Deduktion der reinen Verstandesbegriffe gemacht, in welcher ich, da die Kategorien unabhängig von Sinnlichkeit bloß im Verstande entspringen, noch von der Art, wie das Mannigfaltige zu einer empirischen Anschauung gegeben werde, abstrahieren muss, um auf die Einheit, die in die Anschauung vermittels der Kategorie durch den Verstand hinzukommt, zu sehen. In der Folge § 26 wird aus der Art, wie in der Sinnlichkeit die empirische Anschauung gegeben wird, gezeigt werden, dass ihre Einheit keine andere ist, als welche die Kategorie nach dem vorigen § 20 dem Mannigfaltigen einer gegebenen Anschauung vorschreibt, und dadurch also, dass ihre Gültigkeit a priori im Blick auf alle Gegenstände unserer Sinne erklärt wird, die Absicht der Deduktion allererst völlig erreicht wird. Nur von einem Stück konnte ich im Beweis oben doch nicht abstrahieren, nämlich davon, dass das Mannigfaltige für die Anschauung noch vor der Synthese des Verstandes und unabhängig von ihr gegeben sein müsse. Wie aber bleibt hier unbestimmt, denn wollte ich mir einen Verstand denken, der selbst anschaute, wie etwa einen göttlichen, der sich nicht gegebene Gegenstände vorstellt, sondern durch dessen Vorstellung die Gegenstände selbst gegeben oder hervorgebracht würden, so würden die Kategorien für eine solche Erkenntnis gar keine Bedeutung haben. Sie sind nur Regeln für einen Verstand, dessen ganzes Vermögen im Denken besteht, d.h. in der Handlung die Synthese des Mannigfaltigen, das ihm anderweitig in der Anschauung gegeben ist, zu einer der Apperzeption zu bringen, der also für sich gar nichts erkennt, sondern nur den Stoff zur Erkenntnis, die Anschauung, die ihm durchs Objekt gegeben werden muss, verbindet und ordnet. Von der Eigentümlichkeit unseres Verstandes aber nur vermittelt es der Kategorien und b.146 nur gerade durch deren Art und Anzahl die Einheit der Apperzeptionen a priori zustande zu bringen, lässt sich so wenig ein Grund angeben, als warum wir gerade diese oder keine andere Funktionen zu urteilen haben oder warum Zeit und Raum die einzigen Formen unserer möglichen Anschauung sind. B.146, § 22 Die Kategorie hat keinen anderen Gebrauch zur Erkenntnis der Dinge, als ihre Anwendung auf Gegenstände der Erfahrung. Sich einen Gegenstand zu denken und einen Gegenstand zu erkennen, ist also nicht einerlei. Zur Erkenntnis gehören nämlich zwei Stücke. Erstlich der Begriff, dadurch überhaupt ein Gegenstand gedacht wird, die Kategorie und zweitens die Anschauung, dadurch er gegeben wird, denn könnte dem Begriff eine korrespondierende Anschauung gar nicht gegeben werden, so wäre er ein Gedanke der Form nach, aber ohne allen Gegenstand und durch ihn wäre gar keine Erkenntnis von irgendeinem Dinge möglich, weil es, soviel ich weiß, nichts gäbe noch geben könnte, worauf mein Gedanke angewandt werden kann. Nun ist alle uns mögliche Anschauung sinnlich, also kann das Denken eines Gegenstandes überhaupt durch einen reinen Verstandesbegriff bei uns nur zur Erkenntnis werden, insofern diese auf Gegenstände der Sinne bezogen wird. B.147, sinnliche Anschauung ist entweder reine Anschauung in Raum und Zeit oder sie ist empirische Anschauung desjenigen, was im Raum und der Zeit unmittelbar als wirklich durch Empfindung vorgestellt wird. Durch Bestimmung der reinen Anschauung können wir Erkenntnisse a priori von Gegenständen etwa in der Mathematik bekommen, aber nur ihrer Form nach als Erscheinungen. Ob es Dinge geben könne, die in dieser Form angeschaut werden müssen, bleibt dabei noch unausgemacht. Folglich sind alle mathematischen Begriffe für sich nicht Erkenntnisse, außer sofern man voraussetzt, dass es Dinge gibt, die sich nur der Form jener reinen sinnlichen Anschauung gemäß uns darstellen lassen. Dinge im Raum und in der Zeit werden aber nur gegeben, sofern sie Wahrnehmungen, also mit Empfindung begleiteter Vorstellungen sind, mithin durch empirische Vorstellungen. Folglich verschaffen die reinen Verstandesbegriffe, selbst wenn sie auf Anschauung a priori, wie in der Mathematik, angewandt werden, nur insofern Erkenntnis, als diese, mithin auch die Verstandesbegriffe, durch sie auf empirische Anschauung angewandt werden können. Folglich liefern uns die Kategorien, vermittels der Anschauung auch keine Erkenntnis von Dingen, als nur durch ihre mögliche Anwendung auf empirische Anschauung. Das heißt, sie dienen nur zur Möglichkeit empirischer Erkenntnis. Diese aber heißt Erfahrung. Folglich haben die Kategorien keinen anderen Gebrauch zur Erkenntnis der Dinge, B148, als nur insofern diese als Gegenstände möglicher Erfahrung angenommen werden können. Diese aber heißt Erfahrung. Folglich haben die Kategorien keinen anderen Gebrauch zur Erkenntnis der Dinge, B148, als nur insofern diese als Gegenstände möglicher Erfahrung angenommen werden. § 23, B148, der obige Satz ist von der größten Wichtigkeit, denn er bestimmt sowohl die Grenzen des Gebrauches der reinen Verstandesbegriffe mit Blick auf die Gegenstände, als die transzendentale Ästhetik die Grenzen des Gebrauchs der reinen Formen unserer sinnlichen Anschauung bestimmt. Raum und Zeit gelten als Bedingungen der Möglichkeit, wie uns Gegenstände gegeben werden können, nicht weiter als für Gegenstände der Sinne, mithin nur der Erfahrung. Über diese Grenzen hinaus stellen Raum und Zeit gar nichts vor, denn sie sind nur in den Sinnen und haben außer ihnen keine Wirklichkeit. Die reinen Verstandesbegriffe sind von dieser Einschränkung frei und erstrecken sich auf Gegenstände der Anschauung überhaupt, sie mag der unseren ähnlich sein oder nicht, wenn sie nur sinnlich und nicht intellektuell ist. Diese Ausdehnung der Begriffe über unsere sinnliche Anschauung hinaus hilft uns aber zu nichts, denn es sind nur leere Begriffe von Objekten, von denen, ob sie nur einmal möglich sind oder nicht, wir durch die Begriffe gar nicht urteilen können, bloße Gedankenformen ohne objektive Realität, weil wir keine Anschauung zur Hand haben, auf welche die synthetische Einheit der Aperzeption, die jene allein enthalten, angewandt werden, B 149, und sie so einen Gegenstand bestimmen könnten. Nur unsere sinnliche und empirische Anschauung kann ihnen Sinn und Bedeutung verschaffen. Nimmt man also ein Objekt einer nicht-sinnlichen Anschauung als gegeben an, so kann man es freilich durch all die Prädikate vorstellen, die schon in der Voraussetzung liegen, dass im nicht-zu-sinnlichen Anschauung gehöriges zukomme, also dass es nicht ausgedehnt oder im Raume sei, dass seine Dauer keine Zeit sei, dass in ihm keine Veränderung, keine Folge der Bestimmungen in der Zeit angetroffen werde und so weiter. Aber das ist doch keine eigentliche Erkenntnis, wenn ich bloß anzeige, wie die Anschauung des Objektes nicht sei, ohne sagen zu können, was in ihr denn enthalten sei. Denn dann habe ich gar nicht die Möglichkeit eines Objekts zu meinem reinen Verstandesbegriff vorgestellt, weil ich keine Anschauung habe geben können, die ihm korrespondierte, sondern nur sagen konnte, dass die Unsrige nicht für ihn gelte. Aber das Vornehmste ist hier, dass auf ein solches Etwas auch nicht einmal eine einzige Kategorie angewandt werden könnte, zum Beispiel der Begriff einer Substanz, das heißt von etwas, das als Subjekt niemals als bloßes Prädikat existieren könnte, wovon ich gar nicht weiß, ob es irgendein Ding geben könnte, das dieser Gedankenbestimmung korrespondierte, wenn nicht empirische Anschauung mir den Fall der Anwendung gäbe. Doch mehr hiervon in der Folge § 24 von der Anwendung der Kategorien auf Gegenstände der Sinne überhaupt Die reinen Verstandesbegriffe beziehen sich durch den bloßen Verstand auf Gegenstände der Anschauung überhaupt, unbestimmt, ob sie die Unsrige oder irgendeine andere doch sinnliche sei. Sie sind aber eben darum bloße Gedankenformen, wodurch noch kein bestimmter Gegenstand erkannt wird. Die Synthesis oder Verbindung des Mannigfaltigen in den Begriffen bezog sich bloß auf die Einheit der Apperzeption und war dadurch der Grund der Möglichkeit der Erkenntnis a priori, sofern sie auf dem Verstande beruht. Und mithin nicht allein transzendental, sondern auch bloß rein intellektual. Weil in uns aber eine gewisse Form der sinnlichen Anschauung a priori zum Grunde liegt, welche auf der Rezeptivität der Vorstellungsfähigkeit auf der Sinnlichkeit beruht, so kann der Verstand als Spontanität den inneren Sinn durch das Mannigfaltige gegebener Vorstellungen der synthetischen Einheit der Apperzeption gemäß bestimmen und so synthetische Einheit der Apperzeption des Mannigfaltigen der sinnlichen Anschauung a priori denken, als die Bedingung, unter welcher alle Gegenstände unserer menschlichen Anschauung notwendigerweise stehen müssen, dadurch denn die Kategorien als bloße Gedankenformeln objektive Realität, das heißt Anwendung auf Gegenstände, B151, die uns in der Anschauung gegeben werden können, aber nur als Erscheinungen bekommen, denn nur von diesen sind wir der Anschauung a priori fähig. Diese Synthesis des Mannigfaltigen der sinnlichen Anschauung, die a priori möglich und notwendig ist, kann figürlich eine Synthesis speziosa genannt werden, zum Unterschied von derjenigen, welche in Ansehung des Mannigfaltigen eine Anschauung überhaupt in der bloßen Kategorie gedacht würde und Verstandesverbindung als Synthesis Intellectualis heißt. Beide sind transzendental, nicht bloß weil sie selbst a priori vorgehen, sondern auch die Möglichkeit anderer Erkenntnis a priori begründen. Allein die figürliche Synthesis, wenn sie bloß auf die ursprüngliche synthetische Einheit der Aperzeption, das heißt diese transzendentale Einheit geht, welche in den Kategorien gedacht wird, muss zum Unterschiede von der bloß intellektuellen Verbindung die transzendentale Synthesis der Einbildungskraft heißen. Einbildungskraft ist das Vermögen, einen Gegenstand auch ohne dessen Gegenwart in der Anschauung vorzustellen. Da nun alle unsere Anschauung sinnlich ist, so gehört die Einbildungskraft der subjektiven Bedingung wegen, unter der sie allein den Verstandesbegriffen eine korrespondierende Anschauung geben kann zur Sinnlichkeit, sofern aber doch ihre Synthesis eine Ausübung der Spontanität ist, welche bestimmend und nicht wie der Sinn B152 bloß bestimmbar ist, mithin a priori den Sinn seiner Form nach der Einheit der Aperzeption gemäß bestimmen kann, so ist die Einbildungskraft insofern ein Vermögen, die Sinnlichkeit a priori zu bestimmen und ihre Synthesis der Anschauungen, den Kategorien gemäß, muss die transzendentale Synthesis der Einbildungskraft sein, die eine Wirkung des Verstandes auf die Sinnlichkeit und die seine erste Anwendung und zugleich der Grund aller übrigen auf Gegenstände der uns möglichen Anschauung ist. Die Einbildungskraft ist als figürlich von der intellektuellen Synthesis ohne alle Einbildungskraft bloß durch den Verstand unterschieden. Sofern die Einbildungskraft nun Spontanität ist, nenne ich sie auch bisweilen die produktive Einbildungskraft und unterscheide sie dadurch von der reproduktiven, deren Synthesis lediglich empirischen Gesetzen, nämlich denen der Assoziation unterworfen ist und welche daher zur Erklärung der Möglichkeit der Erkenntnis a priori nichts beiträgt und darum nicht in die Transzentalphilosophie, sondern in die Psychologie gehört. Hier ist nun der Ort das Paradoxe, was jedermann bei der Exposition der Form des inneren Sinnes, § 6 auffallen musste, verständlich zu machen, nämlich wie dieser innere Sinn auch sogar uns selbst, nur wie wir uns erscheinen, nicht wie wir an uns selber sind, § 153, dem Bewusstsein darstellt, weil wir nämlich uns nur anschauen, wie wir innerlich affiziert werden, welches widersprechend zu sein scheint, indem wir uns gegen uns selbst als leidend verhalten müssten, daher man auch lieber den inneren Sinn mit dem Vermögen der Aperzeption, welche wir sorgfältig unterscheiden, in den Systemen der Psychologie für einerlei auszugeben pflegt. Das, was den inneren Sinn bestimmt, ist der Verstand und dessen ursprüngliches Vermögen das Mannigfaltige der Anschauung zu verbinden, d.h. unter einer Aperzeption, worauf selbst seine Möglichkeit beruht, zu bringen. Weil nun der Verstand in uns Menschen selbst kein Vermögen der Anschauung ist und diese, wenn sie auch in der Sinnlichkeit gegeben wäre, nicht in sich aufnehmen kann, um gleichsam das Mannigfaltige seiner eigenen Anschauung zu verbinden, so ist seine Synthesis, wenn er für sich allein betrachtet wird, nichts anderes als die Einheit der Handlung, deren er sich als einer solchen auch ohne Sinnlichkeit bewusst ist, durch die er aber selbst die Sinnlichkeit innerlich, im Blick auf das Mannigfaltige, was der Form ihrer Anschauung nach ihm gegeben werden mag, zu bestimmen in der Lage ist. Er also übt unter der Benennung einer transzentralen Synthesis der Einbildungskraft diejenige Handlung aufs passive Subjekt aus, dessen Vermögen er ist, wovon wir mit Recht sagen, b.154, dass der innere Sinn dadurch affiziert werde. Die Aperzeption und deren synthetische Einheit ist mit dem inneren Sinn so gar nicht einerlei, dass die Aperzeption vielmehr als der Quell aller Verbindung auf das Mannigfaltige der Anschauung überhaupt, unter dem Namen der Kategorien von aller sinnlichen Anschauung auf Objekte geht. Dagegen der innere Sinn, die bloße Form der Anschauung, aber ohne Verbindung des Mannigfaltigen in der Anschauung, mitten noch gar keine bestimmte Anschauung enthält, welche nur durch das Bewusstsein der Bestimmung desselben, durch die transzentrale Handlung der Einbildungskraft, durch den synthetischen Einfluss des Verstandes auf den inneren Sinn, welche ich die figürliche Synthesis genannt habe, möglich ist. Dieses nehmen wir auch jederzeit in uns wahr. Wir können uns keine Linie denken, ohne sie in Gedanken zu ziehen, keinen Zirkel denken, ohne ihn zu beschreiben, die drei Abmessungen des Raumes gar nicht vorstellen, ohne aus dem Punkte drei Linien senkrecht aufeinander zu setzen und selbst die Zeit nicht, ohne indem wir im Ziehen einer geraden Linie, welche die äußerlich figürliche Vorstellung der Zeit sein soll, bloß auf die Handlung der Synthesis des Mannigfaltigen, dadurch wir den inneren Sinn sukzessiv bestimmen und dadurch auf die Sukzession dieser Bestimmung darin Acht haben. B. 155. Bewegung als Handlung des Subjektes, nicht als Bestimmung eines Objektes, folglich die Synthesis des Mannigfaltigen im Raume, wenn wir von dem Mannigfaltigen abstrahieren und bloß auf die Handlung Acht haben, dadurch wir den inneren Sinn seiner Form gemäß bestimmen, bringt sogar den Begriff der Sukzession zuerst hervor. Anmerkung, Bewegung eines Objektes im Raum gehört nicht in eine reine Wissenschaft, folglich auch nicht in die Geometrie, weil das etwas beweglich sei, nicht a priori, sondern nur durch Erfahrung erkannt werden kann. Aber Bewegung als Beschreibung eines Raumes ist ein reiner Akt der sukzessiven Synthesis des Mannigfaltigen in der äußeren Anschauung überhaupt, durch produktive Einbildungskraft, gehört nicht allein zur Geometrie, sondern sogar zur Transzentalphilosophie. Der Verstand findet also in diesem nicht etwas schon eine solche Verbindung des Mannigfaltigen, sondern bringt sie hervor, indem er ihn affiziert. Wie aber das Ich, der ich denke, von dem Ich, das sich selbst anschaut, unterschieden ist, indem ich mir noch eine andere Anschauungsart als möglich vorstellen kann, und doch mit dieser Art als dasselbe Subjekt einerlei sei, wie ich also sagen könnte, ich als Intelligenz- und denkendes Subjekt erkenne mich selbst als gedachtes Objekt, insofern ich mir noch über das in der Anschauung gegeben bin, nur gleich anderen Phänomenen nicht, wie ich vor dem Verstande bin, sondern wie ich mir erscheine, hat nicht mehr, aber auch nicht weniger Schwierigkeit bei sich, als wie ich mir selbst überhaupt ein Objekt, und zwar der Anschauung B.156 und innerer Wahrnehmungen sein könne. Dass es aber doch wirklich so sein müsse, kann, wenn man den Raum für eine bloße, reine Form der Erscheinung äußerer Sinne gelten lässt, dadurch klar getan werden, dass wir die Zeit, die doch gar kein Gegenstand äußerer Anschauung ist, uns nicht anders vorstellen können, als unter dem Bilde einer Linie. Sofern wir sie ziehen, ohne welche Darstellung wir die Einheit ihrer Abmessung gar nicht erkennen könnten, ebenso, dass wir die Bestimmung der Zeitlänge oder auch der Zeitstellen für alle inneren Wahrnehmungen immer noch von dem hernehmen müssen, was uns äußere Dinge als Veränderliches darstellen. Folglich die Bestimmungen des inneren Sinnes gerade auf dieselbe Art als Erscheinungen in der Zeit ordnen müssen, wie wir die der äußeren Sinne im Raume ordnen. Mithin, wenn wir von den Sinnen einräumen, dass wir dadurch Objekte nur insofern erkennen, als wir äußerlich affiziert werden, wir auch vom inneren Sinne zugestehen müssen, dass wir dadurch uns selbst nur so anschauen, wie wir innerlich von uns selbst affiziert werden, das heißt, was die innere Anschauung betrifft, unser eigenes Subjekt nur als Erscheinung, nicht aber nach dem, was es an sich selbst ist, erkennen. Anmerkung, ich sehe nicht, wie man Schwierigkeiten darin finden könne, dass der innere Sinn von uns selbst affiziert werde. Jeder Akt der Aufmerksamkeit kann uns ein Beispiel davon geben. B. 157. Der Verstand bestimmt darin jederzeit den inneren Sinn der Verbindung, die er denkt, gemäß zur inneren Anschauung, die dem Manikfaltigen in der Synthesis des Verstandes korrespondiert. Wie sehr das Gemüt allgemein hierdurch affiziert werde, wird ein jeder in sich wahrnehmen können.